Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema, die Bildschirmdeaktivierung einstellen. Um die Bildschirmdeaktivierung einzustellen, geht man wie folgt vor. Man wandert zu den Einstellungen, klickt auf Einstellungen, geht in den Bereich Personalisierung, klickt auf Anzeige und kann jetzt hier bei Bildschirm abschalten nach, genau einstellen. Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und nie was der Default-Wert ist. Okay, das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück! Vielen Dank!